hallo und herzlich willkommen hier bei bird of play ich bin der lutz und ich mache jetzt mit euch eine kleinigkeit das hatte ich schon ewig vor und zwar möchte ich einfach mal mit euch in star trek thema bereden zwar eher erst im nächsten video das hier ist jetzt bloß eine kleinen eines info video kleines wie auch immer es ist nicht unbedingt info video es ist schon ich möchte erklären um was es sich hier zwei in diesem format um was es sich dabei handelt dazu möchte ich sagen diese beiden videos die ich jetzt mache sind total aus der hüfte geschossen die sind absolut spontan es ist einer der gründe warum ich keinen schönen rahmen um meinen browser hier drum herum habt habt ihr seht hier mein desktop alles ich werde allerdings in dem browser natürlich nicht schließen ihr wollt ja nicht meine pornos sehen an dieheit das ist der felscher computer was glaube ich hier schon wieder vergesst es nein was ich eigentlich sagen wollte das ist hier absolut spontan ich habe nichts aufgeschrieben deswegen werde ich stottern ohne ende ich habe keinen rahmen weil ich habe erst noch überlegt sagst fragst jetzt jan ob wir für morgen noch einen rahmen macht und dann habe ich auf die uhr geguckt und oh ja 23 55 nee das machen wir dann lieber doch nicht deswegen vielleicht habe ich für das nächste mal ein rahmen ich weiß es noch nicht ich weiß auch noch nicht ob ich das so jetzt immer machen werde vielleicht welche auf einfach ein paar bilder nehmen und die euch zeigen ich weiß es noch nicht aber für die beiden themen die ich ansprechen wollte ist das hier denke ich mal besser die sache ist die ich habe noch keine ahnung wie ich dieses format nenne wahrscheinlich vielleicht dass ich es unter der federations datenbank laufen und das video wird einfach ein titel haben so was wie warum sieht eine kardassianische galore klasse aus wie ein fisch warum sage ich jetzt so einen komischen titel weil ich gerade sehe dass hier noch meine micro missions galore klasse hier bei meinem fernseher rum steht nein aber halt so was so eine einfache frage hat wirklich ach ihr wisst worauf ich hinaus will warum sind bei raumschiffen der föderation und star trek im allgemeinen die brücken immer oben so außer eine frage die habe ich in den kommentaren vor einer weile bekommen die frage vielmehr halt relativ leicht zu beantworten die sache ist die so das thema wird auch noch mal aufkommen aus wirklich so wenn jemand so eine frage habt ich glaube das werde ich mal in so einem video hier diskutieren ist ein bisschen abgeguckt von den amerikanischen dragon war youtuber die ich abonniert habe die machen das auch öfter so was wie ist nun son goku in dragon war super stärker als weiß ich weiß ich was für ein boo aus der boo saga solche sachen ich finde das irgendwo cool und ich habe halt gedacht warum macht man das nicht in deutsch zu einem star trek äquivalent so Untertitelung des ZDF, 2020 So, wir sind hier auf Memory Alpha und dieses Video hier soll sich erstmal rund um ein Thema drehen und zwar habe ich da schon öfters mal angesprochen, ich bin nicht so ein großer Freund von Memory Alpha, sagen wir es mal so, als Hauptquelle von Informationen. Äh, ich habe damals, als Informationsdaten man gemacht habe, aktiver sag ich mal, immer zu jemanden in den Kommentaren gehabt, Namen werde ich hier nicht nennen, der mir andauernd Memory Alpha Links geschickt hat. Und das sein Heiligtum, nicht sein Heiligtum, aber seine, seine perfekte Informationsquelle. Und ich möchte euch hier mal eins sagen, Memory Alpha ist nichts anderes als powered by Wikia. Wikia ist definitiv Wikipedia. Und wir alle lernen schon in der Schule, Wikipedia ist nicht allwissend. Hier kann jeder dummer was reinschreiben. Hier kann jemand jetzt reinschreiben, äh, Kanun Yen Sing war der erste Präsident der Föderation. Kann jemand machen. Und wenn, wenn, wenn hier jemand ist, der Star Trek nicht kennt, ähm, und der liest das, der wird dann wirklich denken, dass Kanun Yen Sing der erste Präsident der Föderation ist. Ist jetzt übertrieben gesagt, aber hier kann wirklich jeder was reinschreiben. Und das andere ist, es gibt, es ist ein Problem für mich, muss ich ganz ehrlich sagen, gerade was jetzt Transphasentorpedos angeht, es gibt nicht die Informationsquelle. Es gibt, es ist mir schon öfter aufgefallen, es gibt so viele Infomaterialien dazu, ob nun Raumschiffsammlung, ob jetzt, wer kennt's noch, Star Trek Fakten und Infos. Bücher, wie zum Beispiel Raumschiffguide, Bücher, wie zum Beispiel Deep Space Nine, technisches Handbuch. Also, all diese Quellen, die man hat, unterscheiden sich. Und das fand ich mir sogar relativ drastisch. Und das ist einfach mal so eine Sache, die ich hier sagen will. Es gibt nicht das, die, die Informationsquelle, wo wirklich drin steht, so haben sie sich das ausgedacht, die Autoren. Vielleicht kann man das, vielleicht, eventuell kann man das mit Trackyards machen, weil da, ähm, weil die beiden von Trackyards haben ja noch die, ähm, die dabei, die die Schiffe entwickelt haben, wie Doug Drexler, wie, äh, wie Rick Sternbach, wie, ähm, John Eves, wie, ähm, kann ich den Namen des Designers der Galaxy-Klasse vergessen? Ah, ich komm jetzt wirklich gerade nicht drauf. Naja, aber ihr wisst, was ich meine. Ey, das ist gerade peinlich. Warum weiß ich den Namen des Entwicklers der Galaxy-Klasse nicht? Ich könnte es jetzt hier gucken auf Memory Alpha, ich könnte es hier nachgucken, aber ich bin zu faul. Ah, das, das, außerdem weiß ich den Namen. Ach, vergessen wir es einfach. Ihr wisst, worauf ich hinaus will. Ähm, ja. Ja, wir sind hier auf dem deutschen Memory Alpha und ich sage es hiermit ganz ehrlich, das deutsche Memory Alpha hat nur einen Vorteil und zwar muss ich ehrlich sagen, das hier ist das deutsche Memory Alpha, das hier ist das englische, wartet, wo ist meine Maus? Ach, ich suche immerzu nur meine Maus. Hier, das ist das englische Memory Alpha und, äh, ich muss ehrlich sagen, ich finde das deutsche Memory Alpha hier auf der ersten Seite etwas übersichtlicher und etwas schöner angeordnet. Ähm, äh. Ja, oh nein. Die wiederholen schon wieder TNG. Äh. Are you fucking kidding me? Oh, wartet mal, Planetenkiller kam gestern? Fuck. Kam heute oder kommt heute. Jetzt kann ich es aber nicht gucken. Ja, schön. Diese Woche im TV. Okay, das, das mag ich gerade, aber egal. Darum soll es jetzt echt nicht gehen. Aber die wiederholen schon wieder TNG. Mach doch mal Deep Space Nine. Ähm. Ja, wir sind hier auf dem deutschen Memory Alpha und ich muss echt sagen, ich finde die Startseite vom deutschen Memory Alpha besser als vom englischen. Ähm. Ich weiß nicht, ich finde mich hier auf der Klingo, äh, auf der Klingonischen Seite, weil ich hier eben Klingon Dictionary gelesen habe, auf der englischen Memory Alpha Seite finde ich mich irgendwie nicht so schnell zurecht. Muss ich ehrlich sagen. Ähm. Und da hatte ich so meine Anpassung, da hatte ich so meine Anpassungsschwierigkeiten. Hier sehe ich sofort Star Trek Originalserie, Star Trek Animierte Serie, woop, draufgeklickt. Und ja, das ist der Vorteil, den ich dem, dieser Seite sehr hoch anrechne, also die Startseite ist besser. Aber, jetzt kommt das große Aber. Im Allgemeinen finde ich das deutsche Memory Alpha scheiße. Bin ich ehrlich, denn, ähm, wir machen mal ein ganz einfaches Beispiel. Und zwar, ich kann euch eins sagen, äh, ich habe meine Zeit lang, Stunde um Stunde, Tag um Tag, nur damit verbracht, Memory Alpha Einträge zu lesen. Und zwar, um genau zu sein, die trivialen Einträge, also die, ähm, Trivia Einträge, nicht trivialen, sondern Trivia Einträge. Und, ja, ich habe mich hier wirklich drinnen vergraben. Und dabei ist mir etwas aufgefallen, ich habe es eben nochmal getestet, es ist immer noch so. Wir geben mal ein, Akira, Schrägstrich, Klasse. So. Hauen wir auf Enter. Er sucht. Irgendwie lange. Fragt mal, warum. So, und dann sind wir hier. Und auf den ersten Blick denkt man sich so, ähm, why, äh, was geht hier ab? So, da steht als ganz oberes NCC 63, 54, 9 Typ. Dann haben wir als nächstes Klasse, Klasse M, Constitution, Klasse Y und so weiter und so fort. Ähm, das ist das, was ihr findet, wenn ihr Akira-Klasse sucht. Ähm, wir nehmen mal ganz kurz das Minus weg. Ähm, das finde ich gerade interessant, wenn man nur Akira-Klasse eingibt, da kommt ein bisschen was anderes raus. Und zwar immer noch eigentlich dasselbe, aber ihr denkt jetzt vielleicht, Moment mal, wo ist die Akira-Klasse hier? Hm. Es ist die NCC 63, 54, 9 Typ Angabe. Wenn man nämlich jetzt mal sich durchliest, was da drunter steht. Und das, das ist so eine Sache, die fuhr mich ab. Es ist zu beachten, dass die Bezeichnung Akira-Klasse nach dem Memory Alpha Canon Richtlinien nicht zulässig ist. Ja, äh, ich glaube, jeder Einzelne dort draußen. Wenn ich sage Akira-Klasse, weiß jeder Einzelne dort draußen, der sich mit Star Trek Raumschiffen beschäftigt, was ich für ein Schiff meine. Und jetzt kommen wir zum Lustigen. Ich hoffe, es klappt. Das wäre jetzt der absolute Vorführeffekt. Wir geben hier einfach mal Akira-Klasse ein. Ah, ne, ohne E. Das ist so ein typisch deutscher Rechtschreibfehler bei mir, wenn ich immer Englisch unterwegs bin. Aber, oh, äh, erster Eintrag Akira-Klasse. Hm. Hm. Interessant. Ich dachte, nach den Memory Alpha Richtlinien ist der Name Akira-Klasse nicht zulässig. Hm. Ich google Akira-Klasse, ich suche Akira-Klasse im englischen Memory Alpha und finde Instant Akira-Klasse. What the fuck? Und, ja, wir gehen jetzt hier mal drauf auf NCC 3, vor allem NCC 6354 9 Typ. Dude. Woher soll ich wissen, was die, ich glaube, es war die Thunder-Scheit für eine Registrierungssumme hat. Wer sucht danach? Na gut, wir gehen mal da drauf und sehen, stellen fest. Ähm, der Typ, bla, 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 ist eine Raumschutzklasse der Föderation aus dem 24. Jahrhundert. Und da oben ist Barack Obama, der heute bei Donald Trump Dings da geworden ist. Und wir sehen Instant, ja, das ist eine, die Akira-Klasse. Jetzt gehen wir mal auf den Eintrag und sehen hier. Oh! Akira-Klasse. Das ist schon mal das allererste, was mir persönlich so gesagt hat, okay, das englische Memory Alpha ist besser. Denn, warum steht das unter dieser Bezeichnung? Okay, Memory Alpha findet es, wenn ihr Akira-Klasse eingebt, habe ich ja eben präsentiert. Aber als ich das allererste Mal nach Informationen zu diesem Schiff gesucht habe und ich einfach nur Akira-Klasse eingegeben habe, ich habe nur die Überschriften gelesen für die Artikel. Ich habe stundenlang gesucht, bis mir auf jeden Moment mal. Das ist dieser NCC-Typ. Are you fucking kidding me? Und, ähm, ich glaube, es steht hier in den Hintergrundinformationen. Das ist im Übrigen die Trivia-Sektion, die ich meinte. Und, ich glaube, hier steht es, der NCC-Typ wurde von Alex Jäger, blablabla, für entworfen. Das Schiff existierte, ja da. Nee, hier steht es nicht. Später. Schade. Ich glaube auch, es steht hier in der Trivia-Sektion, dass Alex Jäger das Schiff als Akira-Klasse bezeichnet hat, also der Designer des Schiffes. Und, ähm, Memory Alpha sagt dazu, es ist nicht in der Serie, als diese, es wurde niemals gesagt, es ist ein Raumschiff der Akira-Klasse, das ist es neu im Kennen. Ähm. Offen gesagt, das halte ich für Schwachsinn. Weil, der, der Designer nennt das Schiff Akira-Klasse. Also ist das eine fucking Akira-Klasse. Und, okay, es ist nie der Name aufgetaucht, aber es ist halt wirklich so, warum? Warum? Das ist für mich wirklich so deutsche Bürokratie. Es ist nicht, es ist halt bloß ein Designer gesagt, deswegen ist das nicht der offizielle Name des Schiffes. Obwohl, überall, wo man hingeht, egal ob Referenzwerke, egal ob Spiele, egal ob in der Community, das Schiff heißt Akira-Klasse. So, das war jetzt schon der allererste, äh, entschuldige ich bitte, Abfuck, den ich da hatte. Aber, gut. Das war jetzt nur die Kleinigkeit. Sollte ich euch bloß mal präsentieren? Das ist eine dieser Sachen, warum ich immer sage, Leute, das Englische ist einfach besser. Das Zweite, das fand ich gestern lustig, ähm, hochverkehrte Links. Übrigens, äh, ich habe gestern, nachdem ich diesen Kommentar bekommen habe, einfach, ähm, nach den 3-4-Hasen-Torpedos gegoogelt. Ich gebe zu, äh, ich hätte keinen Bock, das zu schreiben und, ähm, gebe ich zu. Aber ich habe halt gedacht, ach, gehst du mal schnell auf die Episode, auf die Inhaltsangabe zur Episode-Endspiel. Ja, und dann, ja, Admiral J.M.W. aus der Zukunft eröffnet der Besatzung eine Möglichkeit, schon nach Hause zu kommen. Und dann schon die Inhaltsangabe, kurze Zusammenfassung. Bitte schreibt eine Inhaltsangabe. Und dann Langfassung. Bitte macht eine Langfassung. Das finde ich, ich gebe zu, lustig. Ähm, die Inhaltsangaben interessieren mich nicht. Weil, ehrlich, eine kurze Inhaltsangabe zu der Episode reicht vollkommen aus, weil, letzten Endes, in der langen Zusammenfassung könntest du schreiben, guck dir die scheiß Folge an. Fum, ist selber Effekt. Aber gut, okay. Ähm, das ist jetzt, das hier ist der englische Memory-Eintrag. Schön mit Bildern. Haufenweise Informationen. Du wirst zugeschissen mit Bildern und Informationen. Und das ist hier der deutsche Memory-Eintrag. Oh, und das war's schon. Und hier bin ich immer noch nicht am Schluss. Ey, da ist Korat. Mir fällt gerade auf, die haben hier Teil 1 und Teil 2 zusammengeschliffen, geschliffen, geschlissen, geschweißt, würde ich eigentlich sagen. Ähm, ist interessant. Aber wir werden hier zugeschissen mit Informationen, was in der Folge geschieht. Ähm. Okay. Kläglich. So, ähm. Wir scrollen hier runter. Ey, wir sind immer noch nicht am Ende. Ey, was geht hier ab? Und da sehen wir die Borg-Königin halb auseinanderfallen. Ein sehr schönes Bild. Das ist mein... Moment der... Mein Moment der Freude. Jetzt gerade. Nein, eigentlich nicht. Ich finde das immer noch saugruselig. Ich möchte gerade nicht in Janeway's Schuhen stecken. Die wird vor Schmerzen zergehen, würde ich sagen. Äh. Ich mochte Borg noch nicht. Noch nie aus diesem Grund. Ähm. So. Hier sind wir. Memorable Quotes. Und wir werden zu bombardiert mit Zitaten. Oh mein Gott. So viele Zitate. Und wow, wow. Noch mehr Zitate. Wann hört das auf? Alter. What the fuck? Oh, und jetzt geht's los mit Background-Informationen. Oh. Dialog-Zitate. Ich gebe einen Scheiß auf die Zitate, aber ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Und jetzt kommt die Sache. Und darauf gebe ich nämlich nicht einen Fuck. Hintergrund-Informationen. Drei Absätze. Hintergrund-Informationen im Englischen Memory Alpha. Guckt euch das an. Guckt euch die schiere Information hier an. Aber das hört nicht auf. What the fuck? Oh, und dann nochmal ein Gruppenfoto. Und noch mehr. Noch mehr, noch mehr, noch mehr, noch mehr, noch mehr, noch mehr. Alter. What? Jetzt sind wir erstmal wie zu Endeffekten. Jetzt, äh, Editing. Community und Trivia. Ist jetzt eigentlich die Smerz-Sektion, die mich interessiert. Community und Trivia. Aber, wow. Ist doch nicht fertig. Ich möchte noch mal erinnern. Das war die deutsche Background-Information. Und das ist die Background-Information im Englischen Memory Alpha. Es hört nicht auf. Das ist wie, wie zum, wie beim Film zum Schluss der Abspann. Ewig viele Namen. Gut. Ähm, das ist jetzt bloß mal so, ähm, was ich nämlich, ja, haben wir... Wow. Hu, hu, hu. Okay. Ah, gut. Das ist schon detaillierter. Aber, ähm, wenn ich hier schon wieder sehe, dass hier sogar für die wohl... Für die Community her, ihr müsst jetzt nicht, ähm, der selben Meinung sein, aber viele in der Community sagen, dass, äh, Best of Both Worlds Part 1 und Part 2, beziehungsweise Angriffs zur Erde, beziehungsweise In den Händen der Borg, äh, ist wohl die beste Star Trek-Episode, die jeweils produziert worden ist. Oder auf jeden Fall die erfolgreicheste, sagen wir es mal so. Und, jetzt bin ich gerade baff, dass hier keine Kurzzusammenfassung da ist und keine Langfassung. Äh, wow. Okay. Das ist überraschend. Und, da hast du hier die Background-Informationen und hier ist wieder das englische Äquivalent. Und, das hier ist ein besseres Beispiel. Denn, ähm, ich weiß gar nicht mehr, wie ich auf diese Seite gekommen bin. Ja, Memorial Quotes, who gives a shit. Ist hier auch Background-Informationen. Ich weiß nicht mehr, was ich gesucht habe. Ich glaube, ich habe irgendwas über Wolf359 gesucht. Und, da bin ich auf dieses Bild hier gestoßen. Das ist mein Happy Moment für den Tag. Patrick Stewart in voller Borgmontur muss das verbummste Drehbuch lesen. Herrlich. Aber, da bin ich das allererste Mal so aufmerksam geworden. Und, da habe ich mir das hier durchgelesen. Weil, ich wissen wollte, wie es eigentlich zu dem Bild kam. Und, dann stand hier, dass, ähm, Mike Okoda gerade dabei war, ähm, die Schiffe für Wolf359 vorzubereiten. Und, warum auch immer, Patrick Stewart in seiner Borgmontur kam an seiner Werkstatt vorbei. Guckt rein und fragt Okoda so, ey, was machst denn du hier? Und, dann Okoda brüllte dann an, das ist alles deine Schuld, das hast du angerichtet. Das steht hier irgendwo dazwischen. Und ich lag halblang auf der Couch, weil, ich glaube, Okoda, ja, ich könnte mir vorstellen, dass Okoda wirklich ein ziemlich lustiger Typ gewesen sein muss. Das finde ich gerade interessant in Concept Art. Das ist auch so eine Sache, das ist so eine Concept Art, wie man sich vorgestellt hat, wie der Arm von Locutus abbrechen soll. WTF. WTF. Ich meine, hallo? Wo ist das hier im Deutschen? What? Ja, ist er... Hm, fehlt. Punkt. Gibt es nicht alles, was du sagst, als fehlt. Aber, das ist gerade interessant. Die hätten das echt vor, als der gesamte Arm abreißt? Patrick Hiddens Arm, Borg, Bid, Attached to the Sunarm. Oh, wow. Denen das echt vor, das denn so umzusetzen, wie sie es dann 96 gemacht haben? Wow. Okay, das ist krass. Okay, wow, das ist irgendwie was Neues gelangt. Aber, das ist schon mal das Erste, was ich einfach sagen möchte. Gut, das machen wir auch anders hierher zu. Ähm, die Richtlinien von Memory Alpha für die Schwachsinn, oder sagen wir es mal anders, vom deutschen Memory Alpha, die Richtlinien sind zu streng ausgelegt, was schwachsinnig ist. Wie gesagt, jeder weiß, was ein Akira-Klasse ist, dann ist das. Es gibt in meinen Augen einfach Sachen, die vielleicht nicht in der Serie vorkommen, aber die einfach Canon sind durch die Community. Entschuldigung. Oh, und dazu gehören Namen. Es muss jetzt nicht unbedingt Canon sein, dass 70% der Community sagen, okay, Ouija war von dem Borg losgeschickt worden. Ähm, und die Reineren 30 sagen das nicht, aber wenn jeder, wenn jeder in der Community sagt, das ist eine fucking Akira-Klasse, dann ist das eine Akira-Klasse, Punkt, ja. Und das andere ist halt wirklich, es gibt mehr Informationen im englischen Memory Alpha als im deutschen Memory Alpha. Wollte ich, das wollte ich schon ewig mal loswerden, ähm, und hier kommt jetzt eigentlich das, warum ich euch jetzt darüber so lange, äh, beschäftigt habe, nicht, ähm, belästigt habe, war eigentlich das. Ähm, ihr könnt mir Memory Alpha Links zuschicken, aber das erste ist, weil, ich kann mich noch daran erinnern, jemand schrieb das in die Kommentare, ähm, Lutz, mach doch einfach deine, deine Schüsse mit Memory Alpha einträgen. Den ersten Grund, den ich euch gezeigt habe, ähm, es gibt auf dem englischen Memory Alpha mehr Informationen aus dem deutschen Memory Alpha, okay, ähm, also würde ich, wenn, wenn, wenn ich das wirklich durchziehen wollen würde, würde ich nicht das englische Memory Alpha nehmen. Nur, wie gesagt, es gibt nicht die Quelle, ähm, Memory Alpha ist eine Quelle, aber es gibt halt noch andere Referenzwerke, es gibt die, die Folgen und Filme als solches, ähm, wenn man so eine Sache hat, dann sollte man das alles, was man hat, mit einbeziehen. Und, ja, ich hab nicht sehr viel, und ich finde, ganz ehrlich, das ist der zweite Grund, warum ich mir sage, Leute, dann hat das ganze Projekt keinen Sinn, wenn ihr, wenn ihr, wenn ich wirklich diese Folge komplett aus Memory Alpha einträgen zusammensetzen würde, ganz ehrlich, das könnt ihr selber lesen. Das hat keinen Sinn in meinen Augen. Ich zitiere hier einfach nur Memory Alpha immer und immer wieder, und, was ist der Sinn dahinter? Ihr könnt selber auf Memory Alpha gehen und euch das angucken. Muss ich, es ist, es ist, es ist nicht als, als Beleidigung oder sowas gemeint, es ist wirklich halt so, wie ich darüber denke. Es hat nicht viel Sinn und, ähm, ich weiß nicht, ob hier im englischen Memory Alpha zum Beispiel drin steht, dass die Galaxy Klasse einen riesigen Wassertank hat, für Wasserlebensformen. Ähm, wusste ich auch nicht, bis TrackYards das gesagt hatte. Das stand in einem, ich glaube, im The Next Generation Technischen Handbuch oder sowas in der Art, da stand das drin, da war ich selber überrascht. Und ich glaube nicht, dass das weder im englischen noch im deutschen Memory Alpha dasteht. Ja, also, das ist halt schon, so eine, so eine, so eine Folge sollte auch schon nicht nur Material enthalten, so stupide, die Galaxy Klasse hat 42 Decks, sondern auch, da sollte wirklich dann drin stehen, die Galaxy Klasse hat einen fucking Wassertank. Einfach bloß so als, wow, wie kommt denn, wie kommt man dazu? Eine Sache, ähm, ich weiß nicht, ob ich das, äh, finde, Remodulieren, ähm, ich hoffe, Remodulation, da stand es schon sehr schön. Ähm, wofür ich Memory Alpha allerdings gerne nutze, ist, einfach mal so schnell zu googeln. Ähm, ähm, Hm, okay. Das ist nicht ganz das, was ich gesucht habe. Aber ich habe mir zum Beispiel mal die Frage gestellt, wenn es heißt, wir stellen unsere Waffen auf eine automatische Remodulation, ähm, die Reconfigurung ist neben Remodulierung polarisierend und polarisiert und kann eine der häufigsten Star Trek Verwendungen. Ähm, nee, es geht mir einfach darum, wie man sich gegen die Borg verteidigt. Und das ist, das ist auch nochmal so eine Folge, die ich machen möchte. Mir ging immer so durch den Kopf, ich spreche immer sehr von, wir haben die Waffen auf eine automatische Modulation gestellt. Aber die Borg werden sich schnell darauf anpassen. Und ich sitze jedes Mal so da und denke mir so, ähm, ist jetzt egal, ob Worf oder Tuvok oder Seven of Nine. Ich denke jedes Mal so, Leute, automatische Remodulation, das ist doch eigentlich heiß, dass das per Zufall funktioniert, richtig? Ah. Warum sollten sich die Borg auf Zufall anpassen können? Ah. Äh, nee, es funktioniert nicht. Man kann sich nicht auf Zufall anpassen. Das sagt schon das Wort Zufall. Man kann es nicht vorhersehen, was passiert. Äh. Hohl. Es ist eine Bezeichnung, wo ich mir jedes Mal denke, Leute, benutzt bitte etwas anderes. Es sei denn, automatische Remodulation, und das war wirklich die Frage, die ich mir gestellt habe. Also, automatische Modulation nicht bedeutet etwa, dass das im Zufall passiert, dass der Phaser nach jedem Schuss zufällig eine neue Modulation benutzt, sondern eher, weiß ich, was äußerst dumm wäre, wenn das eher so funktionieren würde. Erster Schuss, ein Terahertz. Zweiter Schuss, zwei Terahertz. Dritter Schuss, vier Terahertz. Wisst ihr, was ich meine? Das wäre extrem dumm. Und dann würde es mich nicht mal wundern, wenn die Borg sich anpassen können, weil, hallo, wer kommt da nicht da drauf? Und ich habe es einfach mal gegoogelt. Es hätte eine Weile gedauert, ähm, weil ich bin, glaube ich, auch als allererster auf diesen Eintrag gestoßen. Ich müsste es tiefer graben, aber, ähm, hier auf Memory Alpha Steiner wirklich, es geschieht zufällig. Dann habe ich mir gesagt, okay, dann ist das dumm, dass die Borg sich auf Zufall anpassen kann. Aber das ist nochmal ein ganz anderes Thema. Ich finde jetzt den Eintrag hier auch nicht, aber für solche Kleinigkeiten ist Memory Alpha, finde ich, ganz gut. Ähm, einfach so, um mal schnell was zu gucken. Ähm, das andere fällt mir gerade auf. Hier stehen keine, hier steht zwar Kategorie hinzufügen, aber keine Quellen. Und das ist so eine Sache, ähm, wo ich euch sage, ich könnte jetzt hier reinschreiben, Re-Konfiguration bedeutet, ähm, in der gesamten Enterprise wird einmal das Wasser ausgetauscht. Ihr müsstet es mir glauben, da entsteht keine Quelle. Das könnte ich jetzt behaupten. Könnte ich hier reinschreiben. Und ich habe keine Quelle dazu. Das war jetzt auch wieder ein blödes Beispiel, aber, äh, na, naja. Okay. Das zu Memory Alpha. Also wirklich, ihr könnt mir Memory Alpha Links schicken. Ähm, dazu kommen wir gleich, übrigens, Transfasen-Torpedos. Ähm, ihr könnt mir diese Links schicken. Und, ja, natürlich, es ist wirksam. Es ist eine Informationsquelle, aber ich gebe zu, äh, äh, es ist schwierig, sage ich mal so. Ähm, Memory Alpha als diese grundsätzliche Informationsquelle finde ich nicht gut. Weil, wie gesagt, hier kann jeder Numi was reinschreiben. Und ihr könnt jemand reinschreiben, die Defined ist so stark wie ein, wie ein Jammer oder andere Schiff. Man müsste es glauben, ohne wirklich eine Quelle zu haben, eine Information und so weiter und so fort. Es ist schwer, ähm, es ist halt dieser Grund, warum ich Föderationsdatenbank damals eingestampft habe. Weil ich habe zu wenig Informationsquellen, ich habe zu wenig Vergleichsmaterial. Ich kann nur auf die Schiffswerft, äh, Raumschiffs sammeln, ich will immer zu Schiffswerft sagen. Ich kann nur auf die Raumschiffs sammeln zurückgreifen. Ich könnte auch Fakten und Infos zurückgreifen, teilweise in Klammern. Ähm, ich habe hier so ein Raumschiff-Guide und sowas, aber es ist halt schwierig. Und, ja, wollte ich einfach bloß mal sagen. Also, jetzt für diese Star Trek Diskussion, die ich machen möchte mit euch gemeinsam. Ähm, schreibt mich aber auf Memory Alpha steht. Ihr könnt schreiben, auf Memory Alpha steht das und das. Aber, wie gesagt, äh, äh, okay. Ich hoffe, ihr wisst, worauf ich hinaus will. Ähm, beharrt nicht zu sehr auf Memory Alpha Einträge. Das ist eigentlich alles, was ich sagen will. Ähm, und das, was ich eigentlich ganz am Anfang sagen wollte, war, ähm, diese Sachen sind nicht unbedingt bis auf Grund und Boden recherchiert. Es sind einfach bloß so Sachen, die mir durch den Kopf gehen. Ähm, wie gesagt, warum können sich die Borg auf Zufall anpassen? Ähm, dann auch solche Sachen halt wirklich wie Beyond Discovery beeinflussen kann. Und es gibt natürlich auch Themen, wo man recherchieren muss. Wie zum Beispiel, ähm, warum ist die Brücke eines Föderationsraumschiffes immer oben auf dem Schiff? Solche Sachen, okay, da, da muss, da recherchiert man. Aber, wie gesagt, es ist mal so, mal so, kommt aufs Thema an, um zu recherchieren. Aber, ja, ich versuche immer jetzt so viel wie möglich ein Informationsmaterial in solch ein Thema einzubeziehen. Ähm, aber, worauf ich hinaus will, wenn ihr jetzt sagt, hey, Lutz, ich hab hier ein, äh, 1970er, 80er, stammendes, äh, Starfleet, tactical, taktisches Handbuch, tactical menu. Äh, und da steht das und das drinnen. Hell yes! Schreibt mir sowas! Das ist nämlich amerikanisches Infomaterial und wenn jemand von euch sowas hat, na, halleluja, ich würde das lieben kann. Ähm, ja, wollte ich bloß mal so sagen, ähm, ihr könnt mir eure Quellen von Informationen, die ich übersehen habe, die ich vielleicht nicht kenne, gerne in die Kommentare schreiben. Ich bin gerne bereit, mit euch über Sachen zu diskutieren und hier ist die Diskussion, die Diskussion geht hier schon los, was haltet ihr von Memory Alpha? Denkt, denkt ihr, ich sehe das zu engstirnig? Und, äh, hab ich euch vielleicht beeinflusst, euer Englisch zusammen zu raufen und, ähm, mehr das englische Memory Alpha zu nutzen? Das wäre jetzt wirklich mal interessant. Hab ich euch jetzt so überzeugt, okay, mein Englisch ist blöd, aber wenn ich mein Wort nicht, äh, nicht, nicht verstehe, kann ich es immer noch von irgendeinem Übersetzer übersetzen lassen? Ich werde jetzt das englische Memory Alpha mehr benutzen oder nicht? Und mir fällt gerade was ein, aber gut, ähm, ich könnte hier nochmal den englischen Memory Alpha, äh, äh, Dings, zum Transphasen Torpedo auf dem englischen Memory Alpha einsehen. Das mache ich vielleicht jetzt auch. Gut, also, dann bis zum nächsten Mal. Tschaußen. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020